Hallo Di Pfalx und Willkommen zurück zu Corral Island. Erster Tag im Herbst. ern Heute Erster Tag im Herbst Das war's für heute. Ah, da mir noch was, komm mal, wo du schon mal geht. Untertitelung des ZDF, 2020 Musik Bis zum nächsten Mal. Schon Pläne für den Winter geschmiedet? Nein, man sollte jetzt damit anfangen sich das zu überlegen. Du Dachse, ich würde das mögen, haha. Kalender Mundkuchenfest Ich kann es mir wohl nicht verschenken. Nicht? Ok. Du bist nur im Laden. Ich bin nicht dran. Das ist nicht dran. Ich steckst noch zurück. Vielen Dank dafür. Ich danke Ihnen, meine Lieben, Sie sind sehr freundlich. Kann ich Dir etwas bringen? Ich habe heute vor Mittag ein bisschen Zeit vor meinen Besorgungen. Einkaufen Reiskörner. Ein Fuss Zahra. Ein Fuss Zahra. Ein Fuss Zahn. So, kann ich das? Viele Menschen wollen bei unserem Mondkuchenfest mitmachen, aber mit dem begrenzten Budget der Stadt muss ich sicherstellen, dass unsere Händler ihre Stände zuerst bekommen, bevor es noch mehr werden. Von Zeit zu Zeit kreiere ich einen Café Au Vin Casa, meist im Herbst, und teste meine Lieblingskombination des Jahres, bevor ich sie auf die Speisekarte setze. Archer Aufc ω Ob ich los in rum Wie ist das? Das ist ein bisschen der Kugel. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Okay. Thin. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oh, wasspawn? Ich habe einen Monster gefunden. Ich habe einen Monster gefunden. Hey, Kastanie. Kastanie, kastanie. Das war's für heute. Ah, nice. Ich habe eine Karte. Ich habe eine andere Art. Zitzen, Zitzen und Zitzen. Im Herbst ist es hier sehr sicher. Es ist nicht übertrieben heiss. In manchen Gegenden gibt es bei Hitze häufig Waldbrände. Ich selbst bin schon vor einigen davon geflüchtet. Na ja, sieh dir das an, ich danke dir. Puh, die Sonne ist heute zu graben, da tun mir die Augen weh. Aber zum Fotografin ist es... So gut. Auf, auf. Nein. Ah, das sieht so aus. Falls es dir noch nicht aufgefallen ist, die Ruinen und Tempel erzählen uns etwas über die Geschichte und die Folklore. Hast du jemals irgendwelchen Krebs auf deiner Fahne gefunden? Das Reisfeld direkt hinter deiner Fahne ist voll von ihnen. Jedenfalls zu dieser Jahreszahl. Das ist so ziemlich alles, was ich beim letzten Mal gefangen habe. Was ich dort geangelt habe. Ich habe so das Gefühl, dass die diesjährige Ernte sehr einträglich sein wird. Wenn ich an all die herrlichen Speisen denke, die ich demnächst verspeisen möchte, läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Ich habe so einen Ratschel. Ich habe so einen Ratschel. Ich habe so einen Ratschel. viel zu tun. Ich sammle heute Steine. Sieh nur, wie viele Steine ich schon gefunden habe. Bringst du die alle nach Hause? Ich weiss nicht. Ich fürchte, Mama wäre nicht gerade erfreut, wenn ich das machen würde. Aber ich glaube, ich kann ein paar davon nach Hause mitnehmen. Welche soll ich denn nach Hause nehmen? Tragen? Oh, der gefällt mir. Er sieht aus wie ein Hint. Okay. 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 Ich bin besser. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020